Wie ist das RELAX-Smile? Bei dieser Methode schneidet man einen kleinen Lentikel mit dem Femtosekundenlaser direkt aus der Hornhaut heraus und man entfernt diesen Lentikel durch eine kleine Hornhautöffnung. Vorteil dieser Methode ist, dass wir keinen Flap an der Hornhaut eröffnen und ein großer Nachteil dieser Methode ist, dass wir mit dem gleichen Laser keine Nachkorrektur machen können. Sondern wir müssen auf die alte Technologie zugreifen, wie die LASIK oder PRK.